so sehr schön na dann kleines lager hier schöne sache und ihr wollt jetzt erkunden quasi ja ich bleibe hier oben stehen ein komisches versteckt ja 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 danke würde ich noch schnell bauen ach so eine falltür so klack so liebe zuschauer und da können wir jetzt hier unser eigenes super tolles geheim versteck machen hier finden die anderen auch nicht hin so zumindest vorläufig und ich werde eine falltür darin verstauen ja die werdet ihr nie kriegen nie so einer bin ich ja ja und mir aus versteckt auch noch ganz viele andere sachen drin aber die welt nie zu gesicht bekommen aber jetzt hier aus der tür raus so ich mag dich nicht mehr ach du hast dich mal gemocht ja sehr eigentlich sogar war das für den tag erst april ich angeh mal das war ja entspannen so ocelot du bleibst hier bewahrst mein kram vor den bösen anderen weißt du das hat jetzt nicht mal denselben effekt wie als ich das gemacht habe ich habe eine katze dies bewacht das ist viel cooler das ist natürlich cool so so wirst du gehabt ja soll ich sein ich dafür wollte zusammen aufbrechen losziehen also wenn du schon hier wäre das würde ich sehen also echt jetzt ja ich bin ja hinten bei dem ominösen spalt ja entweder der ominöse spalt oder die höhle erst mal neues schwert sondern wenn der kapitel spalt ist dann gehen wir erst mal zum spalt die höhle ist bestimmt auch ein bisschen weiter weg oder ja die die sind ganzes ende weg deshalb wann ist die schnell da hinten vielleicht ist meine höhle und sein spalt ja und wie miteinander verbunden möglich bist du da runter gekommen eine treppe und bisschen genie ein genie und mit dem wasser herunterrutschen ist aber auf der endet unseren wenn man nicht aufpasst das ist ein körper hier ist die treppe ok er guckt mich aber nicht an oder gar nicht und sanft ach quatsch nur wiederholen du hast mich gehauen ich habe gar niemand gehauen ich bin runtergefallen du bist runtergefallen ich habe gedacht ich hätte einen früh gegeben bekommen du bist runtergefallen ich bin nicht runtergefallen da hinten ist was nein und creeper und noch ein zombie aber die kommen nicht hoch dann nimm deinen tollen bogen und schieß ja wenn ich die tolle munition dafür hätte ich glaube noch eine oder so ja zack mein zombie fleisch aber irgendwie ist doch nicht doll lang oder da kam er runter so hey dann sind wir ja auch schon am ende da habe ich gesagt tief ja aber nicht lang so ach werde ich mal ein bisschen das wasser eindämmen und trockenlegen ach so ist gleich viel schöner so tja da oben sehe ich Eisen hier ist Kohle naja ein bisschen Kohle kann man immer gebrauchen seid ihr noch ein AUSCH ja was kann doch keiner ahnen dass der Griff runterkommt so nach oben gegraben nach oben gesteckt und dann gegraben und dann kam Griffel so ein scheiß haaa mein sauerstoff geht zur neige haaa haaa mein sauerstoff geht zur neige haaa haaa oh ich hab wieder alles haaa was mach ich denn jetzt haaa was mach ich denn jetzt haaa ok ok na ich nicht so ständig aber konstant sag ich ich weiß nicht ob wir das vom vom gleichen Rauschen nach reden na dieses hier ist irgendwas das was du letztmal als Dingsrauschen beschrieben hast Zug Rauschen und ich denke schon dass wir das gleiche meinen denn was rauscht hier sonst noch ah hm 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 tja Frage na soviel war jetzt hier leider nicht so los alles voll Kohle ja Kohle ja immer mehr au damit aufhören tü 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 hat ne schöne Aussicht wenn man hier so ein bisschen hoch fährt wie im Fahrstuhl nur langsamer also ich muss sagen das sieht richtig cool aus wenn man so am Rand steht und auf unseren Dschungel guckt wo wir hier sind wo im Ansatz schon Gebäude zu erkennen sind ja deshalb denke ich das wird ziemlich cool mit dieser Baumstadt so willst du mir zeigen wo deine zweite Höhle ist das ist ganz schön weil ich weiß nicht wie viel Zeit wie lange wollt ihr noch machen wenn nicht gehen wir halt nächstes Mal ja dann machen wir das nächste Mal dann baue ich noch ein bisschen an meinem Häuschen genau und die ist halt auch so riesig weißt dann haben wir da mehr Zeit was zu erkunden na dann haben wir gleich einen Action geladenen Part für das nächste Mal genau so angeln zwischendurch noch ein bisschen ist keine schlechte Idee ach dann komme ich gleich zu dir gut guck okay jaja so aber das sieht wirklich sehr sehr cool aus Dein Zaun kommt gut zur Geltung Mein Zaun? Der Zaun ums Gehege rum Ach der Zaun Ja Wir müssen die Entchen Ja also ich habe gesehen Ein Ei haben wir noch in der Kiste Aber das wird kaum für zwei Entchen reichen Ja das Problem ist Wir müssen uns da was einfallen lassen Wie wir da hochkommen Weil nämlich ich muss das ja alles zumachen Dann ist es am besten wahrscheinlich Wenn ich eine Falltür mit einbauen Na ich denke wir werden die dann alle Per Stege verbinden Also wir müssen jetzt nicht zu jedem Baum von unten Zugang schaffen Weil wir die dann oben über die anderen Bäume verbinden Ja ja aber erstmal ja schon Naja wir können auch erstmal anfangen die gleich zu verbinden So von mir aus Das muss halt auch so verbunden sein Das meine Entchen nicht ausbrechen können Ja die werden ja eigentlich auch durch den Zaun gehalten Das haben wir ja letztens Tja In unserer anderen Welt Schön die vom Zaun gehalten worden sind Naja wenn es nicht Noch mal wieder die Nacht durch Wenn es nicht so viele sind Dann Es ist ja kein Problem Ja können die Nacht durch machen Ich bin Voll mit Hells Und Essen auch Alles Njam 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 Wer schubt mich da Der Captain Und das ist ja auch schon Ich bin Und das ist ja ein bisschen